Die Formen der Possessivartikel sind im Dativ, Maskulin und Neutral gleich. Ich mein oder meine, du, dein, deine, er, es, sein, seine, sie, sie, ihr, ihre, sie, ihr, ihre, wir, unser, unsere, ihr, euer, eure. Maskulin im Nominativ, ein oder mein, neutral, ein oder mein, feminin, eine, meine, plural, es gibt hier keine Plural in unbestimmten Artikeln, und meine. Maskulin in Akkusativ, einen oder meinen, ein, mein, feminin, eine, meine, plural, es gibt hier unbestimmte Artikel, es gibt hier keine unbestimmten Artikel, und possessiv, meine. Die Beispiele hier, sein Hobby ist Fußball, sein hier, er. Nummer zwei, ihr Tochter besucht sie regelmäßig, ihre hier sind sie feminin. Nummer drei, Renate fährt in ihrer Freizeit mit ihrem Freund Rad. Nummer vier, Herr und Frau Hübe machen oft mit ihren Enkelkindern Urlaub. Mit ihren. Die Übung hier, Nummer zwei, Bildersätze. In ihrer Freizeit bleibt Fatma manchmal zu Hause. Nummer zwei, in seiner Freizeit spielt Frau Hübe Schach und Karten. Nummer drei, in ihrer Freizeit arbeitet Herr Hübe im Garten. Nummer vier, in seiner Freizeit fährt Renate Wolf Rad. Nummer fünf, in ihrer Freizeit spielt Dario Fußball. Die andere Übung, was passt zusammen, ordnet zu. Nummer eins, ist das euer Auto? Ja, das ist ihr Auto. Nummer zwei, ist das das Handy von Tina? Nein, das ist nicht ihr Handy. Nummer drei, ist das deine Schwester? Ja, das ist meine Schwester. Nummer fünf, ist das das Fahrrad von Lina? Ja, das ist ihr Fahrrad. Nummer sechs, ist das eure Lehrerin? Ja, das ist unsere Lehrerin. Nummer sieben, sind das die Eltern von Julia und Rita? Ja, das sind ihre Eltern. Nummer acht, ist das das Buch von Karl? Nein, das ist nicht sein Buch. Wir haben hier einen Text. Ihre oder ihre, ihr und ihren. Frau Keller kenne ich schon sehr lange. Früher habe ich oft mitnimmt hier Dativ. Dativ, Enkelkindern, Enkelkindern hier ist Plural. Im Dativ, den plus N, ihren. Ihren Enkelkindern im Garten gespielt. Nummer zwei, ihre Enkel, die Enkel, ihre Enkel heißen Andreas und Fred. Sie lebt alleine in, in hier nehmen Dativ auch, Wohnung, die Wohnung, so im Dativ, der, in ihrer Wohnung. Nummer vier, ihr Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Mann hier ist der, so ihr, ihr Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Und hier, wir haben hier Dativ, die Possessivartikel in Dativ. Maskulin, meinem, neutral, meinem, feminin, meiner, plural, meinen plus N. Ergänze, Nummer eins, Herr Hüber fährt mit, mitnimmt Dativ. Und Frau hier, der Artikel von Frau ist die, so im Dativ der, mit seiner Frau nach Spanien. Nummer zwei, René Wohl fährt mit, Freund Rad. Freund, der Artikel von Freund ist der, im Dativ dem, mit ihrem Freund Rad. Nummer drei, Herr und Frau Hüber fahren mit ihren Enkelkindern nach Italien. Warum hier, ihren? Wir haben hier Präposition mit. Diese Präposition nimmt Dativ. Und der Artikel von Enkelkindern ist die, plural, so im Dativ den plus N. Ihren Enkelkindern. Nummer vier, Dario spricht mit seinen Großeltern italienisch. Warum hier seinen? Wir haben hier Präposition mit. Diese Präposition nimmt Dativ. Und der Artikel von Großeltern ist sie, plural, so im Dativ den, seinen. Und jetzt kommen wir zum Ende unserer Stunde. Lasst ihr euch gut lernen und bis nächstes Mal. Tschüss. 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 ido